Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu dieser Folge Rainbow Succeeds. Heute mit dabei, Kim und Böhnli. Böhn. Ganz ehrlich? Nö. Ist das auch Geisel oder? Ah ne. Was noch da hin? Nein, ist ganz oben. Das ist immer so eine Fifty-Fifty. Entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht. Nein, wirklich. Das Senf ist auch mal gewinnt oder die anderen verlieren, oder? Nee, eben nicht. Hey, der schmeißt gleich Senfgranaten raus. Was soll denn das? Huh! Nochmal! Nein! Ah, schieß doch mal auf ihn! Schieß doch auf ihn, Mann! Der lag am Boden! Ich hab die Geiste-Action in meiner Kamera. Was soll denn das gehen? Nein, da war noch offen. Hey, ich will nicht springen. Hey, mach da mal auf, Rolle. Ich mach da auf. Ich muss erstmal nach oben kommen. Unten, unten, unten im grünen. Da hinten. Boah, Alter! Ich wäre da fast hochgegangen. Hi! Wow, die schießt auf mich! Du machst da jetzt mal auf da, oder was? Da ist doch der Wand, siehst du es nicht? Alter! Ja, aber Rolle kann doch da aufmachen. Da hat doch keiner auf mich geschossen, Mann! Ich hab die ganze Zeit gesagt, Rolle, warum schießt denn du da drauf, Böhn? Nein, hab ich mir geschossen. Irgendwer hat auf mich geschossen. Halt doch mal die Klappe, ich muss erstmal da hinkommen! Ja, du beschwerst dich, Gott, ja? Ich werde geschossen! Da ist gestrobt, Mann. Sieht man das nicht? Andere Seite! Da ist kein Strom! Ja, Mann, warte mal. Ganz drüben auch noch! Zu spät! Hast nur zwei von denen gehört! Guck mal, links oder rechts oder so! Der Kampf ist ja nicht gemerkt! Ich sehe einen großen Schatten, du da! Na, jetzt mal weiter oben aufmachen sollen! Ja, das war ich! Noch einer? Jagd ihn mal hierher, ich kann von der Seite auch einschicken! Das ist tot! Auf mich geschossen, auf mich geschossen! Also ich wurde auf 13 runtergeschossen, ich weiß nicht mal von wo! Das war ein richtig großer! Aber ich muss sagen, die Hibana, Hibana, die macht schon Spaß! Die Hurensohn? Auch! Ich glaube, der Bill möchte einfach nur sagen, dass ihm, glaube ich, ein bisschen hungrig ist! Nö! Das verstehe ich nicht! Kommt das gleiche raus! Es ist eine Suppe, hast du beides! Ohhhh! Denken sie dann nochmal? Drüber noch! Genau! Den gleichen Satz hatte ich auch gerade auf dem Lipp! Aber es ist lustig, weil es war es! Definitiv! Definitiv! Benitiv! Was? Benitiv ins Wasser! Benitiv ins Wasser! Benitiv ins Wasser! Benitiv ins Wasser! Was für ein... Warte mal! Scheiße, ich hab ja gar nicht denkt! Haha! Ich war irgendwie bei... Was sehe ich? Der Rahmen ist zufrieden! Die Walküre haben, ja! Naja, der ist richtig! So, hier! Ich hab mir die Drohnenstimme reingehlt, damit sie nicht sehen können! Ich hoffe, du bist zufrieden, Kind! Ja, besser ist es! Das Problem ist immer, wenn die dann reinkommen... Wer denn? Ähm... Sind wir die Problematik, dass dann alle auf Drohnenjagd gehen, ja? Und dabei entstehen Unfälle! Läuft! Läuft bei uns! Oh! Juhu! Wir haben gewonnen! Ich hab, glaub ich, die meisten Punkte in der Runde gemacht, weil ich die Rundenstörer... Nein! Ja! Guckt ihr die Cam an! Oh! Guckt mal, wie er da platzieren will! Oh! Nice! Mit welcher Geschmeister? Wie Theseperkeit... Wie leidigkeiten? Welcher Eleganz. Heute ist auch so ein Teamkiller-Tag, hab ich das Gefühl. Ja, hab ich das... Können就 gar nicht so falsch sein, was du sagst. Nein, ob ich ihn gelatze, dann mach ich Nullkill zum Gewehr gewinnen. danke ich könnte dir wenn du möchtest auch ein bisschen was ausspringen damit du siehst was du nicht würdest oh guck mal da ist einer das war knapp fast abgedrückt ich bin dritter mit null kills läuft bei mir ja jetzt haben wir ein komplett neues team was sollten das ist die die verlieben ein gegen zwei was auf leute werden zwei die machen uns richtig die anderen wir sind aber fünf ja bei der anderen sind zwei insgesamt acht also ja genau weil wir fünf und die anderen zwei sind macht acht war acht und vier ich muss mal kurz nachrechnen ja stimmt sowieso wie wie heißt er noch mal hier röhrig war damit seiner rechenmaschine und zwei und zwei tü 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 das macht vier was so wenig nur so wenig ich fall erstmal ganze runden es ist bei der wäne nur einer ja dann hat verlassen also sind es neun am ende insgesamt und er steht nicht er legt wenigstens feier aus ich hole ihn in die autos ein spiel hat sich aufgehangen also kein problem lol aber bei drei leuten ich würde sagen das war eine 1a runde ausweichen 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 aus ja liebe freunde wenn es euch auch so gefallen hat war eine schöne runde ne der high alpha der alpha ink der sonic und der scorch waren alle mit dabei finde ich klasse da wenn es euch so gefallen hat wie uns da lassen doch nach oben da und wenn ihr nach dem kanal seid ein abo würde mich sehr freuen in diesem sitte bis zum nächsten mal macht gut und mail wir fahren wie will ich nicht